In diesem Video erkläre ich die Hauptkomponentenanalyse. Die Hauptkomponentenanalyse ist eine Art Faktoranalyse, in der wir Dimensionen reduzieren können. Also wenn wir mehrere Variablen haben, können wir die zu wenigeren Dimensionen zusammenfassen. Für das Beispiel arbeiten wir mit dem Select 2015 Datensatz aus dem Package-Legel, den ich für Leerzweck entwickelt habe. Falls das Package-Legel noch nicht installiert ist, kannst du das mit install.packages-remotes installieren. Der ganze Datensatz mit allen Variablen kann von Force zu Forschungs- und Leerzwecken heruntergeladen werden. Laden wir zuerst Tidyverse für Pipe Operator Select. Dann laden wir den DF-Select-Datensatz aus dem Package-Legel und holen mit Select, Starts with Opinion, alle Opinion-Variablen aus dem Datensatz. Wenn wir uns die anschauen, dann sehen wir, haben wir die sechs Variablen. Einmal Sozialausgaben, einmal über die EU-Mitgliedschaft, einmal ob Schweizer und Ausländer gleich behandelt werden sollen oder ob Schweizer mehr Chancen haben sollten, dann ob man eher für die Umwelt oder für die Wirtschaft ist, ob man für Atomenergie ist und ob Reiche höher besteuert werden sollen. Dann machen wir daraus numerische Variablen mit Mutate Across Everything as Numeric. Das macht aus allen numerischen Variablen. Das geht hier, weil es Faktoren sind. So werden die Levels genommen. Das erste Level kriegt 1, das letzte Level kriegt 5. Siehe, was 5 Levels haben. Dann wenden wir noch N und Mit an, weil die Hauptkomponentenanalyse in A nicht mit N umgehen kann. Schauen wir uns noch an, was bedeutet 5. Dazu habe ich vorhin eine Tabelle erstellt, damit wir nachher das einfacher interpretieren können, damit wir wissen, was 5 und was 1 bedeutet. Wenn wir wissen, ein Pfeil zeigt in eine Richtung, was bedeutet die Richtung. Also bei Wirtschaft versus Umwelt bedeutet 5, dass jemand eher für die Wirtschaft ist. Bei der EU-Mitgliedschaft, dass jemand eher draussen bleiben will. Also nicht, dass die Schweiz nicht EU-Mitglied werden soll. Dann, ob Schweizer und Ausländer gleich behandelt werden sollen, dass man Schweizer besser behandeln soll. Dann, dass man eher die Steuern für Reiche senken soll, eher gegen Atomenergie ist und für höhere Sozialausgaben. Dann können wir die Principal Componente-Analyse mit PR-Comp ausführen. Das ist eine Base-Funktion. Man muss dafür kein Package laden. Um das einfacher zu interpretieren zu können, gibt es das Package Factor Extra, das wir nun laden. Nun gibt es verschiedene Varianten auszuwählen, wie viele Dimensionen am meisten Sinn machen. Eine Variante ist, man schaut, bei welchen Faktoren, bei welchen Dimensionen ist der Eigenwert, der Eigenvalue grösser. Also das Verfahren würde für zwei Dimensionen sprechen, weil Dimension 1 und Dimension 2 haben einen Eigenwert, der höher ist als 1. Die zweite Variante ist, wir schauen uns die kumulierte Variantzahl an, dass die mindestens 70 bis 80 Prozent ist. Das heisst, nach dem Auswahlkriterium würden wir uns für drei oder vier Dimensionen entscheiden. Dann können wir das Ganze noch visualisieren und schauen, wo gibt es am ehesten einen Knick in der Kurve. Das wäre wahrscheinlich ungefähr bei der dritten Dimension. Ich habe das Gefühl, dass es hier am ehesten einen klaren Knick gibt. Nun, wir entscheiden uns jetzt mal für zwei Dimensionen, so nach dem ersten Verfahren. Und wenden die Visualisierung der Prinzipien an, dass es uns zwei Dimensionen zeichnet. Dann können wir uns überlegen, was bedeuten nun die beiden Dimensionen, was bedeutet die Dimension 1, was bedeutet die Dimension 2. Was mir auf den ersten Blick auffällt, ist, dass auf der Dimension 1 die Sozialausgaben relativ stark auf der relativ nahe bei der Linie liegen. Also ist es vielleicht die klassische Links-Rechts-Achse. Ebenfalls auf dieser Dimension lädt etwas. Teilweise die Wirtschaft versus Umwelt etwas. Das wäre die hier. Die lädt teilweise auf die Dimension. Die steht da zwischen beiden. Dann weniger Steuern. Das wäre auch die. Respektive genau weniger Steuern für Reiche. Sprich, die nicht erhöhen. Dann weniger Rechte für Ausländer. Das ist auch eher rechts. Dann und gegen Atomstrom. Das ist wiederum eher links. Das ist zumindest 2015. Auf der zweiten Dimension, die 19% der Variante erklärt, die lädt teilweise mit gegen Atomstrom. Mehr Chancen für Schweizer. Das ist auch eher etwas Konservatives. Gegen die EU lädt teilweise darauf. Während die andere Achse eher für tiefere Steuern und Wirtschaft statt Umwelt ist. Das heisst, es könnte konservativ versus liberal sein. Wobei hier das Liberale eher im Sinn von ökonomisch liberal, nicht zwingend gesellschaftsliberal wäre. Nun können wir mit Predict die Dimensionen ausgeben lassen. Wenn wir einfach das so machen, dann kriegen wir für jeden alle Werte. Dann mit 1 können wir sagen, wir hätten gerne die erste Dimension. So, 0,1 kriegen wir die erste Dimension und mit 0,2 die zweite Dimension zurück. Wir können die so entsprechend abspeichern. Das ist jetzt genau, jetzt müssen wir es natürlich unter DF Opinions, weil wegen den NAs, so funktioniert es nicht. Wir hätten natürlich auch schon voraus, bei Selects, die relevanten, wenn wir noch andere Variablen wollen, auswählen, dann die NAs rausschmeissen. Dann hätten wir sie direkt in den Hauptdatensatz laden können. So kann man sie wieder zurückspeichern und kriegt man die Dimensionen quasi in den Hauptdatensatz zurück, mit denen man dann beispielsweise weitere Analysen durchführen könnte. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video aufzeigen, wie man eine Hauptkomponentenanalyse durchführen kann. Das ist im englischen Principal Component Analysis, deshalb PCA. Falls das Video nützlich für dich war, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls du Fragen hast oder Wünsche für zukünftige Videos, kannst du die gerne in die Kommentare schreiben. Und falls du von YouTube über zukünftige Videos von mir informiert werden willst, kannst du gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. YouTube informiert dich dann, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.